ja und damit herzlich willkommen zu einer weiteren episode von starfield ja wir haben sie ja in diese fabrik hier reingeschafft und die heimliche konfrontation steht uns noch bevor und nachdem es in der fabrik ist wie mechs aber ich werde mal ein paar von denen auch sie alles klar was das durchladen schade dass sie noch acht schuss hat ja schon alle alte richtung da ganz da unten ich hab so das gefühl da kommt wer oder auch nicht mehr was blitzt hier immer wieder so es ist ja nicht okay das noch mal mit du hast es da alle klar ich sehe es nicht gut ah sie ne ne alter das gibt es doch nicht aus ne 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 Nice Mal umsehen hier Zwei Wege gehen hier nach unten Splittergranate Geil Du machst mehr Schaden als mein jetzige Das würde ich jetzt mal sehen Ah, halt, ne, da wollte ich gar nicht hin Ach, die scheiße Momentarsteuerung Und zwar Waffen Wo sind die Labgear Was sind die andere jetzt? Kalibriert, 95 Hatte wir sonst immer so bei Schaden Ursache beim zufälligen Bluteffekt Wie eben das geringe Schadensziel Umzuwerfen Hm Nimm mal dich Guck mal ein bisschen zum Testen Sechs Schuss nur Okay Uh, da sagen gleich mehrere Hallo Ja, nice Ich glaube ich brauche aber ein Visier hier Jo Oh Ja, wir ziehen das denn Das endet jetzt Nice Fuck Wo ist er Wo ist er? Ah Ah Können wir das mal von der anderen Seite machen Und ich brauche ein Medikist Andererseits Wo sind eigentlich die Mex Oh, da geht's ja auch da irgendwo hin Ah, ich würde mich so gern umsehen Okay Ne, das wird nix Ich brauche was mit Schönen Visier Wo ich in die Ferne zielen kann Ähm 45 150 Naja Doch erstmal mit dir, hm Oh Keine Ahnung Ah Keine Ahnung Ah Keine Ahnung Okay Wir brauchen da auch mal ein bisschen was schnelleres Jo Alter was Was zum Wer oder was Achso, warte mal Alter, ich dachte du wärst mal ne Kollegin Gehen Ja, das nehmen wir mit Gut, hätten wir Irgendwas da hinten Ist hier Ist über uns Es macht so ein komisches Geräusch Gott Hätten wir dich auch mal Ich habe schon härtere Waschschlappen gesehen Elikid Wir sind einfach die ganze Zeit hier am Sachen explodieren sind Gut Gut Ah Komm her Nice Was ist das für ein Scheiß Aua Durchladen Achso Äh, bezüglich Granate, ne Wir sind eigentlich auch mal was Giftgas Mini, Mini, Mini Kontaktgranate Ja Halt, raus Na, wo sind wir daheim? Ne Hahaha Geil Drei noch Wir sind irgendwie ganz unten Ey, nicht hinter der Säule verstecken Oh Okay Ah, wir sind noch zwei Einmal looten Ähm, oder auch nicht Drachen Schütz Sonst noch was? Einer noch Äh, ich will doch hier nur looten Kontaktgranate Okay Gut Es ist noch irgendwelche Spezialitäten hier Oh 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 Hier sind Goodies Na toll, ist nix drin Nimm die NPCs ab und zu mal hier Sachen raus Warum da hinten waren noch andere Räume Okay Jo Waffen Nö Hier noch was Spezielles Ne Extreme Hitze Lava See Komm, wir laufen noch mal schnell rüber Elikit Powerpack Oh Oh Ja, ne Oh, ja Also, bei euch bin ich ja auch noch nicht durchgegangen Mann Platz der Munition kann man ja nicht so liegen lassen Also Die zwei Türen hier hinten Hier Einmal aufmachen Oh, geil Naja Doch nicht so geil Oh, was? Was hab ich nicht mal aufgemacht hier? Ja Hier Wo geht's da hin? Achso Da wird die parallele Tür hier Alle klar Gut Wir können mal vorwärts machen Hier unten glaub ich war ja keiner Extreme Hitze Alles wieder okay Oh Ein Geschütz Ach, da hinten Es war einmal ein Geschütz Es war einmal ein Geschütz Nice Nice Hey Komm jetzt die Miss? Die 1st Cavalry Die 1st Cavalry war die stärkste Kampfeinheit die das Freestyle Collective je besessen hat In der Schlacht von Nira wurde die 1st Cavalry ausgelöscht Warum? Weil die Feigen Generäle einen Waffenstillstand wollten Ich kann weder Feiglinge ausstehen noch die Menschen, die ihnen Macht geben Und auch keine Menschen, die ihr schädliches Werk verrichten wie dich Mhm Er Das ist sehr Oh Sehr gute Meinung zu uns Nice Der ist zwiebeld hier Okay Ah Einmal 2 Und den Connolly Ah, es ist zu weit entfernt Naja Es ist schon Shit Bypass Komm jetzt So So, was haben wir hier? Das ist ja Effektiven Bypass Äh, ja Aber nachdem die Gegner jetzt schon auf uns aufmerksam geworden sind Zwei noch Drei Mitnehmen Mitnehmen Durchs andere Ende von Bypass, oder? Oh ja Und da hat's Goodies Naja Goodies, die ich nicht brauche Und da Nochmal so ein Bypass Ah, aber da ist eine Kiste Ähm Ähm Jemand da? Kontakt! Ich flutiere! Hey! Woll ich gar nicht rein Okay Okay, das war Irgendwie geil Dass ich da einfach meine Granate reinwerfen konnte Ah! Jedes Mal der falsche Button Wo? Ah! Ach du Scheiße Sind da hinten viele Gegner Absolut keine Spur mehr Man, da komme ich wieder nicht rein Okay Medipack Geil Oh! Aber wenn das jetzt... Ach du Scheiße! Jo! Soviel zum Vernichten Oh oh! Ja! Da haben wir die ganze Armee Nächsten! Shit! Kondition geht aus Ich bin bereit Ich bin bereit Das könnte sich... Ach du Heilige! Was von aller Ferne kommt die da? Äh. Angeh. Entroffen. Schade. Doch, eigentlich schon. Ich glaube, es ist schlauer, wenn ich nach oben gehe. Oh, hat es da noch? Gullis, geil. Ist es noch weiter hoch? Nee. Ah doch, da vorne. Ich habe schon härtere Warnschlubs gesehen. Na, komm raus. Oh, da hinten ist ja auch noch einer. Was macht er da hinten? Hinter der Treppe. Soll ich denn den da treffen? Nein. Komm, 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 komm. Naja. Oh, oh. Gesundheit. Sehe ich gerade. Wir laufen mal nach hinten. Ich soll doch da noch hochlaufen. Nee. So, der Kollege da hinten. Ist weg. Paketenwerfer wäre jetzt geil. Und hier habe ich eigentlich nichts mit, mit ein bisschen mehr Distanz. Äh, was ist das Menü? Mit ein bisschen mehr Distanz. Ähm. Gehen wir hier runter. Nope. Ah, vorbei. Vielleicht. Na ja. Oh, mit der läuft es eigentlich voll nicht so schlecht. Nice. Geil. Oh, mit der geht es ja richtig gut. Okay. Die haben Raketenwerfer. Zwei noch. Irgendwo da hinten. Ah, schauen wir mal wieder nach unten hier. Kondition. Am besten für die... Ja, aber große Mechs. Der Zahn der Först ist ein Todesurteil. Gut. Alter, die Zähne wird richtig gut. Geil. Hätten wir mal. Wir haben alle die falsche Munition. Nichts special mit dabei. Schade. Oh, da. Äh, ja. Das nehmen wir mit. Ja, auf jeden Fall. Das nicht. Jut, jut. Mit diesem Gehungstunnel hier. Wenn wir da hinten noch schauen, ob es da noch eine Kiste hat. Äh, wie komme ich? Ach, da. Maximale Umwege. Und mindestens hier müsste noch eine Leiche liegen. Oder auch nicht. Eins, zwei, der Ofen. Ah, da. Kiste. Nö, brauche ich nicht. Da ist sie. Okay. Okay. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts mehr Spezielles. Nei, Gesundheit. Pfeifen wir nochmal was rein. Kiste. Dankeschön. Und da. Und da. Großgegner. Der Mr. Hall in seinem fetten Mech. Und dann sind wir am Arsch. Oh, war das eigentlich gar nicht mehr so eine schlechte Strategie von ihnen, wenn sie versuchen, die Fabrik irgendwie wieder zum Laufens kriegen. Du willst Gerechtigkeit? Habt ihr meine Soldaten Gerechtigkeit erlebt? Minuten, bevor wir die Schlacht und den Krieg gewinnen. Minuten. Kommt der Befehl zum Waffenstillstand. Operations. Okay. Storage. Mal hier nochmal kurz gucken. Wir schauen uns nochmal ganz kurz um hier. Geil. Hey, Traumapark würde ich eigentlich nicht aufmachen. Nee. Ja, einmal das. Ui. Ja, die nehme ich mal mit. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Sonst denn... Na, da komme ich natürlich nicht rein. Ob ich da jetzt ein paar Granaten brauche für ihn? Und Minen. Na, ich hab's doch gewusst. Ja, jetzt geht's los. Nice. Geil. Die Waffe ist mega geil. Na, komm her. Alla, wie fies. Komm her. Schau das doch mal her. Ah, oder so. Okay. Das wäre unser Hauptgegner gewesen. Leute, ihr seid führungslos. Ihr könnt euch aber gerne mehr anschließen, wenn ihr wollt. Ah, komm her. Zeig dich. Ich bin bereit. Gut. Was war das jetzt? Äh, warum brenne ich? Okay, der letzte. Na, gut oder nicht? Da ist noch einer. Oh. Da sind noch mehr seiner. Gutis? Keine Gutis. Ah, da. Gutis. Auf Minen. Ich hab lieber die Granaten anstatt die Minen. Verschritte. Ah, ist noch sie. Äh, Munition. Medipack. Ja, gerne. Ne. Uh. Gutis. Ah, doch. Ne ziemlich gutis sogar. Oh. Ciao. Medipack. Juli ist hier drin. Ähm. Ne. Als die First muss ich mir jetzt wegleiten. Musst du hier noch irgendwie was Schönes? Und safe. Lehrling. Holen wir gleich mal aus. Jockey wäre. Ich nehme mich mal mit. Just in case. Also. Probieren wir es mal. Einmal Lehrling. Ähm. Ob ich es jetzt gerade schon verkackt? Ja. Oder nein. Es gibt keine einzige Position, wo ich sie... Mein krieg. Ja. Geil. 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 Bängig. Heißt. Wollen wir vielleicht mal mit sowas an? Ne. Moment. Mit dem. Geht nicht. Wo geht's? Hm. Machen wir mal. Ein bisschen verwenden. Achso. Warte mal. Geht ja nicht. Alles auf einer Seite. Ach. Das ist ja wieder dumm. Hm. Hm. Hab ich schon mal gesagt, dass ich solche Sachen total hasse? Geht nicht. Es geht doch auch wieder... Ah. Ja. Das wird nix. Ich hab das Gefühl irgendwie so... 20 Digi-Dietriche. Warten wir mal mit. Moin. Oh. Er ist nicht tot. Ähm. Ja. Nicht so, wie er hätte enden sollen. Ich kann natürlich nicht erwarten, dass du verstehst, was wir geopfert haben. Du weißt nicht, wie das ist, in die Gesichter von Kriegern zu sehen, die dir als Anführer vertraut haben, während sie schreiend sterben. Ich habe gesehen, wie mutige Soldaten von Monstern zerrissen wurden. Ich habe gesehen, wie Mech-Piloten in ihren Cockpits bei lebendigem Leib gegrillt wurden. Diese Opfer hätten einen Sinn haben können, aber unsere feigen Anführer haben aufgegeben, obwohl der Sieg zum Greifen nah war. Ja. Komm mal. Auf Gister. Willst du es wirklich wissen? Die Antwort wird dir nicht gefallen. Letzte Chance, Deputy. Du kannst gehen und im Segen der Unwissenheit leben. Im Glauben für eine edle Sache gekämpft zu haben. Oder du kannst die Wahrheit erfahren. Dann zertrümere ich diese Illusion. Hier und jetzt. Bevor er weiter redet, ich gehe mal davon aus, es gibt einen großen Plot und eigentlich, der Rat ist böse und die Ranger stellen sich dann gegen den Rat und schlussendlich werden sich die Ranger auflösen, weil keine Führung und so. Ich vermute mal sowas. Ähm, ja. So, es geht's. Das werden wir noch sehen. Kurz nach der Gründung der Fürst hat mich ein Mann kontaktiert. Der sagt, er vertrete eine wohlhabende, einflussreiche Person. Ich habe mich geweigert für einen Unbekannten zu arbeiten. Ein Treffen wurde vereinbart. Und wer erwartet mich dort? Ron Hope. Er hat mir viel Geld dafür geboten, mir bestimmte Farben im Freestyle-Raum zu sichern. Hm. Ja. Ich weiß nur eins. Nachdem wir sie geräumt hatten, schickte Hope irgendwelche Maschinen. Wir sollten dafür sorgen, dass niemand die Operation sieht. Okay. Äh, ja. Ah. Das hat funktioniert. Wir haben noch ein Schiff gebraucht, um seinen Zeitplan einzuhalten. Also hat er uns mit den nötigen Infos versorgt. Er konnte so auch das Opfer spielen. Und den Verdacht von sich ablenken. Ja. Ähm. Gibt's da sonst noch? Nee. Ja. Selbstverständlich. Es war viel Geld. Aber vor allem ging es mir um Rache. Meine Männer rächen, jede Menge Credits verdienen und einen Ratsmitglied bloßstellen. Tja. Das, das ist meine Definition von Gerechtigkeit. Ja. 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 Du denkst, ich hab verloren. Hab ich aber nicht. Geh zu Ron Hope und sag ihm, was ich dir erzählt hab. Dann kannst du ja selbst über das Strafmaß entscheiden. Wenn du deinen Job machst, ist meine Rache am Rad endlich komplett. Lass es mich dir einfach machen, Deputy. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Mit der Waffe in der Hand. Kompromisslos und furchtlos. Aber zuerst einmal. Hier. Schneide damit die Fäulnis im Herzen des Freestyle Collective heraus. Wenn der nächste Krieg kommt. Heil der Abmachung. Okay. Und er wird kommen. Dann muss das Collective stark sein. Also. Meine Einheit wartet auf mich. Ich melde mich ein letztes Mal zum Dienst. Leibvoll. Deputy. Ah. Tja. Das wär's dann gewesen. Aufzugsschlüssel. Geschwärts. Ja. Okay. Seltener first. Das war's. Okay. Also es ist ungefähr in die Richtung gegangen, die ich vermutet habe. Sollen wir nochmal da rüber gehen? Ich dachte schon, das Ding ist wieder aktiv. Es ist Loading Bay. Ich möchte mal kurz nach da hinten. Und auf dich looten. Dankeschön. Jo. Einmal mit. Nö. Gut. Ich glaube. Achtung. Doch hier. Oh. Wenigstens Nieten. Oh. Was für die andere Nietenpistole da. Oh. Nare. Sonst noch was hier. Oh. Lief ja eigentlich ganz gut. Die Knarre. Neue. Und euer Liebling. Oh. Medi-Bag. Geil. Also. Komm mal nach oben. Bin fertig hier. Entschuldigung. Stress. Kein Stress. Äh. Orientierungssinn. Ach ne. Das ist der Eingang hier. So. So. Da kann man bestimmt irgendwie. So. Mech wieder zum Laufen kriegen. Äh. Solange waren wir doch jetzt gar nicht hier drin. Dass jetzt wieder dunkel ist. Oh ja. Das wäre es jetzt. Wenn hier noch irgendwie so ein Monster-Fisch herkommt. Und ich wegen dem sterbe. Aber Hauptsache ich habe da unten erstmal eine kleine Armee auseinandergenommen. Beziehungsweise. Wir könnten ja eigentlich. Sollen wir jetzt eigentlich. Wie ich zuerst mal mit unseren Dudes reden. Fraktion. Die Abrechnung. Gebt ich nach Haupttown. Ja. Dann gehen wir nach Haupttown. Einmal raus hier. Haupttown ist. Hier unten. Haupttown. Und da hier. Das wäre ein perfekter Ort für einen Außenposten. Ich dachte. Wir haben ja hier schon Ranger-Posten. Ja. Moin. Ich will keine Beschwerden hören. Ähm. Können wir eigentlich Ramsch verkaufen? Mal kurz gucken. Wir haben Helme. Haben wir den zweiten? Ja. Okay. Verkaufen. Ressourcen. Das ist nicht. Ich brauche eigentlich auch die Bienen nicht. Oder. Hm. Kryo-Mine. Was alle verkaufen. Inferno-Bine klingt eigentlich wieder ganz gut. Giftgas. Nee. Ansonsten Waffen. Dead Eye. 73. Cutter. Lassen wir mal. Hm. Taus. Oh. Ein bisschen Schuss hier. Ich gebe dich erstmal weg. Pritcher. Dich lasse ich mal. Andererseits. Machen wir das so. 105. Kleidung. Ich lasse mal auch. Sonst irgendwas. Das ist ganze Munition. Nee. Okay. Ja und nein. Ähm. Behalt deine Wertsachen auf. Okay. Liebe Leute. Ich würde sagen. Okay. Ich würde sagen. Wir schauen uns. Gespräch. Im nächsten. Mhm. Schauen wir uns im nächsten Teil an. Weil ich glaube es könnte noch vielleicht einen Kampf geben. Großen Aufstand. Das ist glaube ich wirklich spannend. Wenn es euch gefallen hat. Lass doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Hier in Starfield. Ciao. Ja liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen. Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt. Wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte. Kommt auch auf unseren Discord Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.